Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Sickenberger Walnusskuchen. Wenn im Herbst die Walnüsse von den Bäumen fallen oder frische Nüsse im Markt erhältlich sind, ist es Zeit für einen leckeren Sickenberger Walnusskuchen. Sickenberg ist ein Dorf im thüringischen Eichsfeld. Dieses Rezept ist im denkmalgeschützten Hof Sickenberg mit historischer Backstube entstanden. Im angeschlossenen kleinen Café ist eine Ausstellung zur Geschichte des Ortes Sickenberg eingerichtet. Für 4 Portionen per Sohn werden folgende Zutaten benötigt. Mürbeteig 250 Gramm Butter 150 Gramm Zucker 2 Eier PK Backpulver PK Vanillezucker 500 Gramm Mehl Füllung 250 Gramm Zucker 2 Esslöffel Honig 300 Gramm Walnusskerne Becher Sahne Folgende Utensilien werden benötigt. Springform O 28 cm Schüssel KL Topf Zubereitung Zubereitung Für den Mürbeteig alle diesbezüglichen Zutaten in der Schüssel gut vermengen. Den Teig gut durchkneten. Etwa 1-3 des Teigs für den Kuchendeckel beiseite stellen. Den Rest des Teigs am Boden und dem Rand der Springform ausbreiten. Die Walnusskerne grob zerkleinern. Im Topf den Zucker und den Honig karamellisieren und die Walnüsse mit anrösten. Mit der Sahne ablöschen und auf den Mürbeteig geben. Das zu einem runden Deckel geformte Teigdrittel auf den Kuchen legen und mit Sahne einstreichen. Bei 180 Grad Celsius 160 Grad Celsius etwa 30 Minuten backen. Als Beilagen eignen sich Heißer Kaffee, Tee oder Kakao Sahne Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!